Neue Woche, der dreht. Das will ich von mir rufen. Man muss jetzt mal drehen. Das ist gut geworden. Kann ich nicht. So, ich hab ja schon. Musst du vielleicht E-Stück ausmachen? Nein, der machte bei Amarek. Ach so. Ach ja. Und steck noch. Aua. Auch nix. Willst du... Wir müssen uns anfangen und tauschen? Ich geh gleich weg. Okay, bald geh weg. Wir müssen beschäftigen, was ich machen muss. Ich spiel mit Pummelov. Mach gar nicht so schön. Der Lenscher war, glaube ich, lustig mit Pummelov. Du kannst einen Trick machen, ja. Der ist ganz lustig. Ja. Okay, drück mal an. Wie denn? Wann guckst du mich an? Mach nochmal zurück. Was machst du dich jetzt? Äh, ausmachen. Reicht, glaube ich nicht. Du musst ausmachen. Ich fiel aus. Und die Neurigkeit muss ich wechseln. Welche? Ja, nur. Ah, noch. Sauschen. 150 Hertz? Ja. Es ist aber langsamer. Es ist? Ja. Oh. Echt? Ja. Bisschen groß gezogen. Ja. Nein, es muss doch. Entschuldigung. Boah. Das ist vom Ding Pokémon noch. Ja. Ja. Es ist auch, wenn die Graphen zu mehr gehalten haben von dem Spiel. Das hat nicht endlich gehalten. Ja. Das ist die Graphen. Aber wenn ihr jetzt mit Läufer greift, dann brauche ich schon die viel besser mit Graphen. Ja. Die meisten wollen sonst nicht so dicken. Ja, warum ist das so dicken? Ja, schau dir doch an, wie haben wir das alles. Gleich. Ha, ha, ha. Hoppere ich auch. Hm? 任. Du kennst deine Teuer Schäden nicht einen ultrasound, ne? Nicht so. Was ist denn auf der Hände? Ich weiß. Meier weiß ich schon. Das doch nicht. Na. So, alles klar, ne? Ah, ne, ja. Nein, Janschi! Bye-bye. Weiß noch nicht. Ja, das ist doch schnell, Mensch, ich bin Reis, aber vielleicht nicht. Oh, nein, nein, nein. Peach! Peach! Er sagt Peach, ja. Kommen Sie ab und schießen? Du bist ja froh, oder? Doch, die Scheibsabdruck. Warum nicht von Pein an? Easy, was? Ja, very easy. Warum gar nicht easy? Weiß kann. Oh, hart! Reicht mir mal kurz bitte den Enning. Komm, du musst meines Samus nehmen. Superweil vielleicht. Ja klar. Psycho. Vielleicht du. Mach gerade deinen Zeitraum auf. Au. 10% Yes! Rest weg! Fuck! Igliepuff! Aber ist da da jetzt oder? Igliepuff! Dribblepuff! Da war eine Maxi-Tomate! Da! Da! Panaden! Unglaublich! Menschen! Jetzt ist der Teil noch nicht bereit. Wem du? Oh Arsch! Hey! Ich hab gerade nicht auf den Jet gespuckt. Was ist das? Oh Gott, ich hab so lange keinen Mini mehr gespielt, ne? Nee, nee, nee. Also was für Reicht ist weg drauf? Komm schon! Wo bin ich? Hallo? Okay. Du kriegst doch jetzt in der Kleine. Was ist der Hack? Kann ich bitte? Also weg, Restchen! Go, go! Oh Gott! Das war dann noch. Waaah! 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 Du hast nur noch ein Leben, ne? Ich weiß! Ich hab mich vergessen, ja. Ich hab mich vergessen. Waaah! 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 Wie sieht die Donkers? Machen wir erst... Machen wir erst ein Hälfte? Oder machen wir erst... Mehrere? Waaah! Du kannst ja schon mal rein fliegen, aber vielleicht passiert ja schon mal. Ah, kommt gleich. Ich sterb schon wieder, Mann. Aber du sollst uns nicht so lange warten lassen. Hallo? Okay, ich hab... Was ist denn da? Wie ist denn das? You know what? Praxis. Und das sind noch sehr easy Spielen. I don't know what's going on. What's happening? In my life. Waaah! 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 Ja, ich will den Chip essen. Ich glaube, die Chips aus der Hand werden er sich aus der Backe geholt. Ich will den Chip essen. Meins. Eine Tony-Statue. Der Sound-Animation. Ah, Zombie. Also, wenn die mal die Grunschprecher im Tor feiern sollten, dann würde ich euch hier... Nee, ist der letzte Raum, oder was? Das ist der Grunschprecher. Das ist der letzte Raum. Es gibt 5 Räume. Das ist der letzte Raum. Was? Wirklich? Ich kann doch mit meiner Linkenrein reinwerfen. Ja. Ja, das ist eine Trinkertose. Ich bin mit beiden längst. Ich kann wirklich mit der Linkenrein greifen. Aber so viel zu viel. Selten mache ich den Geruch rechts. Selten. Das ist dann mal der rechten Hand. Das ist für Linkshänder, aber für Linkshänder machen sie mal der rechten Hand. Das ist total merkwürdig. Also, wenn ich sie mal probiere, dann ist sie so... Guck mal, ich kann ranzoomen. Im Kampf kann ich ranzoomen. Jetzt sitzt dein Haar und grinsen nur noch. Aber man sieht den eher so halb in der Kamera. Im Sinne mit dem Singleplayer kann man halt... Keine Sehseh mehr los mit. Aber ich sehe es ruhig schon. Ich kann ruhig nur mit links. Das ist der Sehseh. Das ist der Sehseh. Das ist der Sehseh. Das ist ein sehr kleiner Junge. Weißt du das? Den Putten? Ja klar. Ich will jetzt nicht mehr. Zehsteh. Zehne putzen. Das stimmt aber auch falsch. Ich spiel mit mir drei Zehne putzen. Ich bin merkwürdig. Ich ist docker. Ich hab die Beobacht. Mich heimlich. Warum hätte ich mit dem Weg getan? Der Link ist aber auch keiner drin. Nicht? Ich weiß wie es geht. Beste Augen aufrufen. Vor allem hat er da ungewohnt mit der Link. Der ist gar nicht so trainiert. So, natürlich. Komm jetzt. Nicht so leicht. Wuiiii. Geile Sweat. Das geht ja mit der Bummel und der Bummel so gerade hoch liegt, ne? Rarer, iPad Prober. Nein! Nicht so leicht. Oh, Green Greens. Oh, das wäre eine Stage die gegen Smash Bros. 4er ausstrahlen. Oh, gut. Du warst die Augen aufrufen. Schau mal in Chaos. Da kommen ganz viele Freunde. Ich hab keinen Namen, ne? Ich spiel mit oben, oder? Ich spiel mit oben? Ja. Ich spiel mit oben. Ich spiel mit dem Ding. Ich spiel mit oben! Kacken! Kacken! Da war ein Ister Gaming Watch dabei! Das sind alle Partei da unten. Ich glaube nicht. Ah ja, ich habe volle Kruse. Wie ist da? Komm, Pause. Ojo. Ojo. Die Sprünge sind komisch. Oh die. Hallo. Zurück wieder. Ja, 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 ja. Die sind nicht so gut. Use den Boost, um zu durchzukommen. Das ist Fox. Oh man kann das gar nicht sagen. Was muss der Fox sagen? Waaaaaah. Abstro ein bisschen stark. Sehr einfach. Das ist der Event, wo du mit Pummel gegen Pummel kannst. Du kannst einfach alle Pummel hoch werden. Die haben Stäben. Sehr easy. Dieser Fox Sucker ist auch. Hier ist mal ein Schoko. Wir müssen hier mal ein Schoko. Bier auch bitte. Ein Boost, Schoko. Du hast gesagt, du willst einen. Einen halben Fall. Aber ich will hier den Pummel bestimmen. Super. Und jetzt? Hört mal vor allem. Hört mal vor allem. Hört mal vor allem. Hört mal vor allem. Oh, der ist vertranst. Aber ganz schön weich. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Hört mal vor allem. Hört mal vor allem. Hört mal vor allem. Ich bin hier drin. Meine Hitbox. Ich wollte dich vergleichen, aber okay. Das ist der Lens. Jetzt sieht man es noch. So wie ging das hier mit Pummelow? Der Sterb in Pummel. Nimm einen Punkt. Es ist ca. Und das hat ich schon gedacht. Ich bin da dran. Ich bin da dran. Ich bin da dran. Das ist voll wie 3 es gerade. Du hast nur einen nachzudenken. Du hast auch einen nachzudenken. Wir haben auch einen nachzudenken. Und dann haben wir das noch einen nachzudenken. Dann steh ich da! Dann steh ich da! Dann steh ich da! Dann steh ich das! Wir haben ihn. Wir sind hier! 380 Oh Der ist freundlich, dass die Augenbrauen war. Ich weiß, ob ich es nicht so gut Das ist schon Oh, ich weiß nicht so gut Oh, ich weiß nicht so gut 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 Ich finde die Rekorge bei uns. Wir haben die Rekorge. Wir haben alle Rekorge. Öff! 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 Drei Rekorge! Ach! Schau ja. Die Rekorge habe ich gemacht. Nein. Ach! Das war so recht. Hast du das auch 6 Stunden? Erstmal nur länger, wenn du dann spielst. Aber du hast ja schon mal den Anfang gespielt. Ach, das kriegen wir schon mit. Ja, jetzt war gut. Ja, du vielleicht. Ich frage mich die ganze Zeit, ob es hier in dein Zimmer ein wird. Jetzt seh ich jetzt erstmal der Hüt stapfen und wie du das Ding da reinpackst. Danke. Den hab ich sonst immer als Ablager gut gemacht. Ja, deswegen dachte ich mir. Da ist nichts drin. Auf mein Handy, man hat auch viele. Warum was eigentlich du sagst du? Weil, das ist ja die Mappe sich gleich. Das ist schon richtig. Das ist nur das. Wir sind ja nicht mehr im Stream. Gut. Mach kreischen. Schnelles Lenk-O-Po-Po-Fahrer. Nein, wo war ich? Hier kommt die jetzt bei der Plattform. Ich werde nicht stehen bleiben. Das ist eigentlich schon egal bei der Plattform. Boah, alle Lenk-Resten. Scherz am Rest. Nein, ich scherz am Rest. Oh, leider, der Rope ist okay. Ich kann auch noch Lenk-Rope. Ja, mach mal Lenk-Rope-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko. Ich bin gespannt, ob sie die Eisten haben, weil sie auch in 2-4 jetzt doch noch mit rein sind. Ich denke, die Nachfrage ist sehr groß dafür. Wir müssen uns das ändern, weil irgendwie... Der 3DS kann die glaube ich nicht. Die bringen da nur den Dings rein. Vielleicht wird noch eine 3DS sein. Spielen da irgendwie. Oder? Nein. Also die ganzen Streams sind irgendwie pausiert. Jetzt sind es 700. Jetzt gehts wieder. Ja. Ich hab in der Zeit Classic fertig gemacht. Aber heute spielen wir jetzt mit Captain Falcon. Du hast in Ranger fertig gemacht, du machst Expressen. Ja. Oh, das klingt gut. Hallo. Hallo. Aberack. Aberack. Was? An Mike geht die Frage. Gibt es schon von dem tollen Tanzen-GIFs? War doch gar nicht da, oder? War doch gar nicht da, oder? Das ist ja rauszuholen. Ja, das ist Pinker Samus-Game. Ja, alle Pink-Bauer. Die felsen gegen Kirby und Jigglypuff von Pink-Sanus. Awesome-Sauce. Shit. Auch Samus. Auf was? Bei DDR? Heißt das? Samus! Ich hab hier drei Kisten hinein. Nein, nein, nein. Bei DDR. Ja, Mann. Ah. Deutsche Demokratie. Wow. Wow. Ich bin von Back-Own. Ja, der ist auch, oder was? Der ist... Doch krasser. So ein Explosiv, vielleicht war mir in den Kopf gefallen. Komm, schaffst du direkt, Alter? Ja. Oh, komm schon. Komm raus. Verracki-Hype! Komm, go, go! Guck! 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 Boah! Äh, da sind noch welche. Weiß rum. Äh! Okay. Ah, hab ich gesehen, dass... Du warst clever, weil... Deine Schulterrach war da ganz spannend. Das ist natürlich okay. Irgendwann noch welche? Oder noch welche? Auf der letzten Folge folgten Punch-Ban. Ja, da. Das krieg ich keine Ahnung. Lipp mich. Ich muss immer runterfahren, Frank, Mann. Und da oben drauf ist noch einer. Mit Captain Waterman oder... Ob die ist das noch... vermischen. Wääh! Wääh! Wäh! Wäh! Ja, die sind wieder die Fattbounein! Das hat lecker! Ja, das ist doch... So, go, go! Yes! Wäh! Also, treffen sollst schon... Ja, warte! Äh, die machen zuerst... Das Barbie-Donation Roll bevor... Aber das geht 10 Minuten. Ja, start. Ich kann nicht runterspringen! Ich kann auch nicht runterspringen! Okay, Rappbaum! Rappbaum! Baaaaaah! Und jetzt? FUNK PUNCH! FALCO! Ey, du bist hier, ob ich seit Löffnung geladen habe. Dann sind wir gelackt. Einmal! FALCO! Das ist FALCO! Der holt mich! Der holt mich! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop! Hallo? Stop! WTF? WTF? Nee! Man kann einfach nicht greifen. Rauschen, nachdem man ihn. Und geschildet wird, ne? Hallo? Was ist das für einer? FALCO, mach dich mal klar. Ich wollte ihn eingefallen machen. Komm mal gucken. Doch! Ja, guck mal, ob er sich schon rauskommt. Ja! Den Falk habe ich gewonnen, Mann! Hab ich dabei, Tims! Hab ich dabei, Tims! Hab ich dabei, Tims! Oh fuck! Nee, jetzt gibts nicht! Dieser Falko, Mann! Ja! Okay, ich mach den Leven, ich hab das besser. Ja, ich mach den Leven, ich weiß nicht, das ist besser. Jo, also ich hab auch ganz gut. Ja, ich hab auch ganz gut. So, war gut, China! Wo bin ich? Ich wusste nicht, wo die war, weil sie einfach so schnell ist. Ich will gespucken! What the fuck? Die Linie ist einfach zu schnell, wenn man die Ball gespielt hat. Ja, und die Feen? Ich bin schwarz, ich bin dünn aus. Ich verschläge nicht. Der Blau geht auch nicht. Was soll ich denn nennen? Nein! Weiß! Das ist ja meine Gesicht. Aber ich mag, wo es nicht sein. Ein anderer Weißfeld. Wir gehen nur, zumindest ganz blau. Ja! Das ist ja mein Intermeer. Ich kenne das noch nicht. Ich verschläge nicht immer um die Luft auf meinen Spirancen. Das ist ja mein Problem. Das ist ja meine Gesichter. Der will doch raus und damit zerstören! Ich verschläge dich. Mili ist zu schnell, Junge. Der hat noch mit 6 bis nach 4. Ich sterbe fast. Fuck on! Fokko! Fokko! Werden wir im Zeitpunkt an der Zeitpunkt? PQ! 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 Hör mal, du bist so schnell am Spiel, ne? Race to the finish. Machen wir, wie weit kommen wir möglich, oder? Ja, mach mal. Jo, geht zum Schluss. Ups. Das kann ich mich auch noch verinnern, dabei ziemlich. Ich bin gleich in die erste Tür unten reingegangen und hab gedacht, ja fertig, was soll das? Ich bin nicht weitergegangen. 3 Points. Das ist ein Magel. Das kann ich sagen. Hier? Sieht gut aus. Das ist Magma. Magma? Oder so irgendwie so ein Magma verstimmt. Gibt's die noch mit dir? Nächste. Na. Das letzte. Das letzte. Jim Jim. All die Münzen sind mein. Sollten. BAUSE! Ja, Animation. Stopping Creed. Jetzt geht gar nicht weg, man. Ja. Hallo, ich... Ja. Ja, geht nicht. Uuuh, der geht gar nicht weg. Gar nicht. Oh Gott. Gar nicht. Oh, eine Vorwärtswelt. Das war fast voller Planner, der Vorwärtswelt. Ja, normal. Okay, sag mal. Hallo Leute. Na? Hey Brotschi! Hallo! Ich hab beim Race to the Finish, weil er war zum letzten Ausgang geschaut. Also ich dann aber gleich, ne? Na gut. Hallo! Hallo! Und wie geht es hier Brotschi? Super! Ich war gerade von der Maniküre. Oh, super! Zeig euch die Leute mit deinem Schöpringer. Ich glaube, wenn sie interessiert. Schick, ne? Ja! Ich hab mir schön blau und schon ausgesucht. Boah! Fantastisch! Du musst sagen, witzig! Warte mal, drei geht raus! Hallo Tavo, von dieser... Hallo Tavo, von dieser... Tavo kann extra für meine Reisekosten bezahlen, das ist so nett. Ja, wir kriegen dann später nochmal an Abwasch oder so. Hm? Ja, klar. Genau. Nee, Brotschi sitzt auch da. Welches hier? Chaos Brotschi. Wie Chaos Brotschi. Hallo Huck! Okay. Hallo Huck! Hallo Huck! Huck! Rill! 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 Bist du etwa immer noch nicht fertig? Ja, fertig. Brotschi nimmt doch keine Fanpost an. So ein Liebesgriff und sowas. Ja, genau! Oh, Alter. Wir müssen die Warta suchen. Was? Warta, was? Warta? Wahrscheinlich zu schlussig, man. Irgendwo will er dabei sein. Ah, ich erzähle jetzt! Guck jetzt aber vielleicht... Gänse darfst du da? Nee, er ist schon zu spät, glaube ich. Oder? Da war ich wieder ein. Ah, da war ich noch mal geflogen! Und da war Miyamoto. Ich hab's nicht besorgen. Ich hab's nicht besorgen. Ich hab's nicht besorgen. Ich hab's nicht besorgen. Ah! Hier war das Gänse. Hier war das Gänse. Hier war das Gänse. Ah! Congratulations! Ich hab's nicht besorgen. Ich hab' nicht einmal den Faltenpikus. 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 Wie kannst du noch? Nächstes macht's Sitz. Röginen reden immer wieder ein bisschen. Ist eins. Aber nicht mit Puppenluft, sondern mit Zweckdorf. Wie war die Reihenfolge noch vorbei? Geht! Ich hab' nicht mal den Faltenpikus gespielen. Mit der Textratei. Die können wir auch machen. Okay. Ich hab' den Textratei. Okay. Glauben wir es nicht. Wir machen jetzt aber schon eins. Rekt! Ah, das gab's schon fertig aus. Okay. Okay. Ohne wie viel die Reihenfolge macht. Wie soll man das machen? Wie soll man das machen? Wie soll man das machen? Wie kann man das? Hast du noch mit Kirby geschafft? Glaube ich. Wie kann ich auf Ersteinste Benutzen führen? Mal Alter, Brod, einfach mal was. Man kriegt den Sprung wieder weiter wo man gewöhnt bin. Hörst du mit diesem Work? Ich hab' da gesehen. Kann ich mal was zu tun. Oh mein ich hab' da gesehen. Bei Zeke geh' drauf. Ich krieg' deinen Sprunggeck, nachdem du den Ballen gehst. Das heißt, wir springen, Gelenke springen. Willst du uns heute präsentieren? Ja, erst mal mein Lieblingsspiel. Ichs denn? Ja, Babys Meere. Das war das halbe Spiel. Das hat mich geprägt. Dann sind wir richtig gespannt darauf. Das hat mich geprägt? Ja, das hat mich geprägt. Nur die Überlässe dabei. Ich kann die große Tüte machen. Das ist ja wirklich so. Nee, Schminktipps in der Bravo. Geln sind schrecklich. Ich hab nichts drauf. Was empfiehlst du uns denn mit Make-up? All natural look. Ja, genau. Nur, wenn so viel Schminke drauf ist, dass das... Ich dachte, du guckst doch so gerne Bibis Beauty-Tails. All diese superschönen Spielkanäle auf YouTube. Wo ist das? Da. Zeig mal, was hast du denn noch so? Nein, genau. Die komplette Route für unser Spiel. Oh Gott. Extra in deiner Texterteile. Mein Pony ist scheiße. Das kräg ich mich jetzt schon. Huck. Sie war extra bei Prisent bei der Mennigführung heute. Ich muss sagen, dein Pony ist echt scheiße. noch was. Du krägst den doch nicht aus. Echt? Du hast keine Ahnung am Ende. Du kriegst aber aus. Mein Pony ist nicht schlimm. Aber ihr ist... Haben wir das Nest überhaupt so? Lass in mich. 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 Ich habe es. Chips.